Yo, Leute, euer Kiesbosch hier, der Berg am Start für euch. Hallo, ihr Lieben, heute mache ich mal wieder eine Bollflip-Challenge, Part 7, Leute. Und das ist ein Video, nämlich um 21.05 Uhr, auf oder 21.06 Uhr, keine Ahnung. Leute, ich mache mal wieder die Bollflip-Challenge. Es kommt gleich noch ein Video, Leute. Ich mache heute 3-4-4-Wochen um 21.00 Uhr, weil ich habe ja Ferien, Leute. Heute, 2 Wochen, und ich habe ja gesagt, mit Videos wird es richtig abgehen. Morgen kommen dann 4 Videos. Eigentlich wollte ich heute 10 Videos bringen, aber habe ich es nicht geschafft, weil ich bei meiner Tante war. Deswegen kommen morgen, ähm, morgen oder, ähm, also, übermorgen kommen dann die 10 Videos, Leute. Aber gehen wir mal mit dem Bollflip-Challenge, 1, 2, 3, los, 3 mal läuft. 1, ich versuche heute mal 10, ich glaube, 2, 3, noch 30 Sekunden, 4, oh mein Gott, Leute. 5, oh mein Gott, Leute. Oh nein, oh nein. 30 Sekunden. Oh, scheiße. Oh, komm, ich habe erst geschafft. Ja, 6. Oh, wacke. Oh, noch 20 Sekunden. Oh, noch 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 5, 4, 8, 3, 2, 9, 1, ding, ding. Nein. Leute, ich habe es nicht geschafft. Ich habe 9 geschaffen. 9 Bollflips in 10 Sekunden, Leute. Das war krass, Alter. Oh, noch einen hätte mir... Oh, scheiße, Leute. Egal, Leute, wenn ich das Video gefallen habe, geben wir dann noch runter. Und, ähm, ja, wie gesagt, ähm... Übermorgen kommen die 10 Videos, Leute, wieder. Ciao. Ich wünsche euch noch ein Video. Ich wünsche euch noch ein Video.